Hallo Camperfreunde unter uns. Heute mal nach langer Zeit wieder ein Video von einem ganz tollen Kunden den wir haben. Er ist auch mittlerweile ein Freund geworden und wir zeigen euch heute einmal wieder den Exklusivumbau in Alcantara im Fahrgastinnenraum. Wie ihr wisst haben wir schon ein zwei kleine Videos gemacht wo wir euch die Alcantara und Lederarbeiten in dem Wohnmobil vorgeführt haben und der Marco in dem Fall der hat natürlich einmal das große Musikpaket bekommen inklusive großer Türdämmung Lautsprecher Hochtöner und alles das was dazu gehört und er hat jetzt gesagt Leute ich will es von ihnen schön haben macht was geht Alcantara ich möchte wohnlich haben das ist mein Baby ich sitze jeden Tag drin und seid einfach mal gespannt ich nehme euch mit ins Wohnmobil und schaut mal was wir in Zusammenarbeit mit dem Marco für ihn hier auf die Beine gestellt haben � tamaösом wir sind eigentlich immer hoch vom ich geh Rudolph ist games Ja, das war mal wieder ein kleiner Einblick von uns. Der Marco ist jetzt auf dem Weg schon hierhin, holt sein Wohnmobil gleich ab, er freut sich riesig. Die Arbeiten natürlich, wie immer, allererste Sahne. Sieht auch total toll wohnlich aus in dem Wohnmobil. Es macht eigentlich so das i-Tüpfelchen aus, wo man sagt, jetzt habe ich zu meinem Baby, was natürlich auch im Innenraum immer eigengestaltend ist, natürlich auch ein ansprechendes Ambiente im vorderen Bereich. Die Radioeinheit, Rückfahrkamera, alles das, was wir hier verbaut haben, rundet die Sachen natürlich ab. Wie ihr seht, wir können über den Z1000 einmal am Knopf drücken und wir sehen sofort auch, was hinter uns los ist. Wir haben den Bildschirm, der ein wenig zu uns vorsteht. Wir haben keine Probleme mehr mit der Sonneneinstrahlung, dass sich das im Display widerspiegelt bzw. dass wir Störungen haben von der Sonne. Insofern ist das, glaube ich, jetzt hier einmal abgerundet das perfekte Paket. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, schreibt uns eine Mail, meldet euch via YouTube oder wie auch immer oder bei uns im Store, ist gar kein Problem. Und wenn euch das Video gefallen hat, einmal bitte einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, die Glocke drücken und wir freuen uns natürlich über jeden Abonnenten, den wir haben und wenn wir euch natürlich individuell beraten können und euch dementsprechend auch euer Schätzchen, so wie ihr es haben möchtet, veredeln könnt. Also in diesem Sinne, habt noch ein tolles Wochenende, bleibt gesund vor allem und wartet auf das nächste Video. Wir haben jetzt neue Ambientebeleuchtung im Programm, da sind wir gerade noch ein bisschen am Testen und am Verbauen. Das wird der Brüller überhaupt richtig, richtig toll, fast nicht sichtbar und das nächste Video kommt ganz bestimmt, seid gespannt. Wir freuen uns auf euch, bis zum nächsten Video, der Micha aus dem Werkstum 40. Wir freuen uns auf euch, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video.